hallo herzlich willkommen zur hundertsten folge von minecraft better minecraft zusammen mit let's grotty und schorgen moin 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 da grotty sich beschwert hat haben wir heute ein special vorbereitet nein bringt doch nicht zu den anderen was sind das für kleine ginger ich habe mich nicht beschwert haben gesagt ich habe alles was rumgemengelt meckert hast du tun kannst du dir weil ich die premiere bin was gibt es für ein größeres special als mich du musst auf der map jetzt 100 köpfe von schorden suchen wir geben ihn erst später tipps ja man kann ja sagen wenn aber zweifeln ist man kann ja sagen wie viele da erzählt er an der wand auch oder nicht nein nein der nicht es sind fünf vier im kompletten keller bereich wenn ich nicht um bin ehrlich wollte ich das dass du aufnimmst aber ich muss einfach immer hinterher laufen da war doch was oder bin ich dumm nein ja als ob du sie das erste findest wir hatten so einen spaß daran den zu bauen ja als ich runter bin war ich mit der fünf nach hinten und habe reingesehen nein hat es so einen spaß den zu bauen wie sieht das an welchen f5 ach so oh nein nein daran habe ich genau anlag ja ich hätte sonst glaube ich nie oder ich habe ich habe es mir auch gedacht wenn schorden noch so gesagt hat da könnte man gut was verstecken da hinten ja genau deswegen habe ich das ja auch angegeben deswegen das war der erste den wir gebaut haben dass das alles schon seine idee war ich wer aber nie auf die idee gekommen hätte er mir das nicht mit six nine erzählt ich dachte schon kurz er läuft jetzt einfach wieder raus mal ein kopf von mir das ist ein fetten kopf machen da tut es nicht mehr da den kopf kannst du wieder haben der grund warum hier nur noch ein schnabeltier ist oh gott was wir wussten nicht dass der creeper ist es ist einer in die luft gegangen hat die alles in die luft gejagt da sind die drei anderen gekommen weil ich ein standbild hatte es war ein krieg hier unten hat der hummel überlebt die schildkröten haben auch überlebt auch wenn sie abhauen wollten so viel hast du jetzt schon äh fünf ich glaube ich habe alle ich müsste alle von unten haben wir haben wir haben ziemlich viele aids dinger gemacht und am ende wussten wir gar nicht mehr wo wir überhaupt noch was hin machen sollen wir haben schon gesagt wenn wir wissen wollen wo sie sind müssen wir einfach join sein video schauen ja weil manche sind schon richtig aids ich dachte ich wollte schon kurz das aquarium aufbauen wir ne ich wollte aufbauen und in aquarium ein schäler reintun das funktioniert aber leider nicht weil das wäre dann sehr offensichtlich weil da äh das wasser ne der wird einfach weggespült ist das problem also der wird weggespült ich dachte der macht dann einfach das wasser weg leider nicht nicht floren ist ich werde ihn überhängen ja der ist so schnell ich wusste der kommt das ist lustig ist ich habe ich habe am anfang sogar gesagt entweder wird er niemals irgendwie mehr als zehn stück finden oder er findet einfach alle sofort weil er so hirnverbrannt ist wie wir wie viele sind da unten 35 da unten ist einer oder zu unten ist einer einer ist keiner mehr nein ich bin noch nicht hingegangen da war ich netter ich liebe optifly nein Nein! Was? Schafft ihr es eigentlich? Oh Gott! Wer biss dich? Ah, okay. Könnt ihr mir dann auch mal hier euer Gamma-Ding-Texture-Ding schicken? Weil ich find keins für diese Version. Du kannst einfach den Einstellungen einstellen. Ne, dass alles komplett immer hell ist. Ja, du musst einfach bloß die Textdatei beim Einkommen. Die Textdatei, ja. Könnt ihr mir uns später dann mal zeigen, wie das geht? Ja, können wir machen. Ich muss ja auch vorankommen. 100 Stück sind lange. Und gestern unser Lieblingswort, was wir die ganzen Zeit einfach gesagt haben, den Satz, den wir am meisten gesagt haben. Alter, Grotti wird uns so hassen. Es war fast eine Stunde, wo wir die Köpfe platziert haben. 45 Minuten. Ich musste sie genau zu sein. Ich hab's in Creative Tools. Der Gedanke, Jordan 100 Mal zu töten, war so richtig schön, aber eine Stunde 100 Mal zu töten. Ich hab's in ich hab's in mir so. Ich glaub, die waren ein bisschen zu AIDS. Ja, du sollst alles deine Ideen. Es war alles deine Ideen. Ja. Finde ich auch stolz drauf. Das war deine Idee. Wir wussten bei jedem zweiten so hart lachen, Alter. Das ist so dummer. Nein. Was hast du getan? Ähm. Wir bauen's mit Wayne einmal nicht auf. Das wusste ich an dich mal. Nein. Ähm. Ich bau's mal schnell wieder auf. Nee, da unten kannst du... Ja. Hast du da unten offen lassen oder wie? Nee, mach zu. Egal. Halt zu, dass keine Wupps boh. Ich seh... Ich seh... Ich seh bloß, wie du da hinten riebst und auf einmal alles weggehst. Aber hier immer... Oh nein. Ja, mit Kobbel einfach ausgleichen. Ja. Jetzt ist der Drache, der die ganze Zeit so rumschreibt. Nee, da sind die Viecher nur drin. Nee, das sind zwei scheiß Schildköttner. Ja, weil dein scheiß Toad besser ist. Affel, ich hab jetzt schon wieder den Namen deines Drachen vergessen. R-Tune. R... Edi-Tune einfach. Adolf. Adolf. Nee, R-Tune. Ganz einfach. Er möchte hinten schon ein C. Das ist aber der einzige, der sowohl so weit weg ist. Ja, ich... Das ist der einzige. Warte, ich booste dich. Jetzt sind das wieder zwei Wale. Ja, mein Gott. Äh, habt ihr die gerade angeschossen? Nicht nicht. Zum Glück sind sie nicht aggressiv auf mich. Was, was schießt... Warum schießt du einfach ins Wasser? Ach, Lul. Die werden bei mir jetzt erstmal gespawnt. Was bringen die denn? Gar nichts. Aber die fucken uns ab, weil die die ganze Zeit bei uns im Garten chillen. Jun, wie lang leben die denn? Die haben 200 Leben oder so. Das war schon. Das war schon. Das war schon. Sollten wir die Sagenwecke wie viele sind's? Das können wir dann machen. Ne. Ich weiß es nicht mal. Ach, der unten ist ja auch noch. Ach, der unten ist ja auch noch. Ich weiß es auch nicht. Ach ja, hast du den gefunden? Ja. Hahahaha. Hahahaha. Morgens sind schon wirklich widerlich. Hahahaha. Ich freu mich schon drauf, bei deinem, äh, bei deinem Drachengeburtspunkt hochzuklettern. Der existiert doch schon nicht mehr. Existiert nicht mehr? Aber das hast du ja weggemacht. Den hab ich vor ewigen Folgen schon abgebaut. Ich glaub von 20, 30 oder so. Das kann gar nicht sein, weil Folge 69 ist noch gestanden, ne? Ja, wir sind bei mir 100, Bruder. Ja. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hier jetzt überall langen soll. Ich hab doch gar nicht gestampelt oder was raus hier. Hast du den gefunden hast? Natürlich hab ich den gefunden, der ist auch nicht so schwer versteckt. Aber wie mach ich das? Ja, wir hatten von hier so geguckt. Hier, komm her, komm her, zu mir. Ah, ne. Ah, ne. Ne, ne. Fuck. Wow. Fuck. Ich wusste nicht mehr, dass da einer war. Fuck, Junge. Lost. Ich mein, yo, ich hab das nicht im Mikro. Hauptsache manche sind schon ziemlich dick. Apfel, guck mal. Die offensichtlichsten sind... Die offensichtlichsten... Oh, ein gelber Hummer! Was? Was, ein Hummer? Ich hab'n Wasser einmal, warte, ich hole ihn! Ach, da unten! Wo ist er? Da unten! Kann man die mit dem Wasser haben... Kann man die mit dem Wasser einmal mitnehmen? Du hast schon gelben? Einen gelben hab' ich schon, aber trotzdem. Ab ihn. Ja, dann... Der einzige, der mir noch fehlt, ist Rot-Blaue gemischt. Ich hab' gesehen, du hast den Trocken drin geparkt. Hab' ich gut gefunden. Ja, natürlich. Die hab' ich gleich gestern noch hingeparkt. Äh, hat jemand von euch noch ein bisschen was zu essen? Ich hab' meine letzte Karotte gehabt gegessen. Äh... Was ist das? Das ist Hydra-Fleisch. Das macht dich von, äh... Null auch... Also, das gibt dir neun Hungerkeulen. Das ist doch super! Ja! Ja! Das ist schön, das... Noch mal schön im Boden gucken. Du bist so ein Depp! Ja, ich weiß. Ich hab' mein Trocken nicht hingeparkt. Du bist so ein Depp, Junge. Ja, du hast auch mit Trocken gesehen und nichts genagt. Du wusstest, dass der Kopf da ist. Ey, wir sind schon aus welchem vorbeigelaufen und sterb' ich gerade vom Bus. Ja. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir dann schon viel vorbeigelaufen sind. Hast du... Als ob du den gefunden hast. Hab' dich jetzt nicht gedacht. Ja, der... Ich weiß noch, Apfel hat... Apfel hat gesagt, er... Er hat mir zugetraut, dass ich ein Schild 69 benenne und in so ein Workbench reinlege. Hab' ich mir gemerkt. Wo ist keiner mehr? Wer weiß? So, wer von... Welcher von den Slapfischen hat einen aufgesammelt? Einen Kopf? Nee, keiner. Können die einen aufsammeln? Ja, die... Die haben mittlerweile Rucksäcke. Keiner von denen. Da sammeln die einfach die liegenden Items auf. Hab' ich vergessen. Sonst hätt' ich's gemacht, safe. Apfel, bei wieviel Minuten sind wir schon? Zwölf. Zwölf Minuten? Ich hab' schon fast ein Drittel. Halt? Den hab' ich nicht aufgesammelt? Nein, wer hat der aufgesammelt! Jesus! Gib den Kopf her! Jesus Maria! Jesus hat den Kopf! Habt ihr den so genannt oder hieß der so? Den hab' ich so genannt. Gott, die hat alle benannt. Jesus. Ich hab' nicht alle benannt. Sebastian. Sebastian. Ich kann Eier mitnehmen. Eier, zwei immer dabei. Wo ist Gotti? Na da. Ich bin's schön. Oh Gott, mir ist doch was aufgefallen schon. Mir ist doch was aufgefallen. Was denn? Weißt du noch den Schlimmsten von allen? Da? Ja, da. Ja. Selbst ich seh' den nicht. Oh Gott. Ich liebe's. Jesus Maria. Jesus Maria, ja. Wir haben so lange überlegt, was wir machen sollen. Und dann einfach so, ja willst du mich hundertmal töten und hundert Köpfe dahin stellen? Ja. Kriegt man eigentlich immer nen Kopf, wenn man den umbringt? Ähm. Good job Gotti. Ich hab' zwei, ja. Aber man kriegt immer safe ein. Weiß ich nicht. Aber man kriegt immer safe. Achso. Digga, was ist das für ein Vogel, der hier lang fliegt und so dumme Geräusche macht? Hast du verkackt? Nee, der Kopf ist runtergefallen. Schön. Du musst mir ja hinterher kommen. Ja, ich weiß. Trotzdem. Ich mein' das alles ein bisschen durcheinander. Das ist, glaub ich, nicht die beste Taktik. Das hab' ich schon gewährt. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Aber, Apfel. Es gibt noch einen schlimmeren als, als den du weißt schon. Ich dachte, er geht jetzt in eine andere Dimension ein. Nee, das ist so... Für so asozial halt ich euch noch nicht. Na gut, die erste Frage, die wurde schon... Nein, wir haben nur in den... Nein, wir haben nur in den... Da hattest du, äh, die... Eine von Chance eine Frage gemacht. Und in den Näht. Und ich so, nee. Oh nein, was... Was ist hier passiert? Warum sind hier so viele Bäume? Keine Ahnung. Was sagst du zu den Bergen? Du hast gesagt, ich soll die nachpflanzen. Ja, ich dachte so an einen oder so. Was sagst du zu den Bergen? So, ich bau 50 ab. Ja, pflanz mal eine nach. Wie 50? Da standen 5 maximal. Ich hab aber hier an der Seite hab ich keinen platziert. Aber weißt du welcher noch asozialer ist? Weißt du noch Apfel? Nee, welcher? Ich schreib's dir. Brody, was machst du da? Ich hab das... Ich hab das Schild gefixt. Fick dich! Hey! Zu meiner Verteidigung! Jordan hat da Amadeus hingeschrieben und ich musste das fixen. Weck da! Wo ist jetzt hinten? Da hinten! Was sagst du zu den Bergrolli? Nice. Ich frag mich auch, bis hier das andere umgewandelte Schild entdeckt. Das hab ich heute alles während Kingdom Hearts getan. Hast du das gefunden, das eine? Was für ein... Was für ein eines? Ich mein Apfel, hast du das gefunden, was ich meine? Nee. Hier war mal ne Höhle, da hab ich ein Schild versteckt. Welche hast du denn umverändert? Ich hab kein anderes umverändert, außer das auf dem Friedhof und ein anderes. Das andere weiß ich nicht. Ich mein Apfel, weil er hat ja gesagt, der hat das ja gemacht. Was? Ah, ihr Ficker! Was denn? Deswegen konnte ich den Berg auch nicht ganz abbauen, weil der doch mit dem Kopf hing. Das ich wusste, ich irgendwann auch... Wäre cool gewesen, wenn du ihn einfach stehen lassen hättest. Ah ja, Leute, ich hab den Berg abgebaut, also da fällt alles noch. Alles wird ja noch unter den... Darunter leiden. Das Problem ist, dass ich... Dass ich ja alles da nochmal angleichen muss, weil das Hotel ja höher steht als da, wo ich angleichen will. Und nein. Ich will ja nicht nach hinten schauen. Aber hast du gelesen, was ich dir geschrieben hab, welcher noch krasser ist als der, den wir gerade genannt haben? Ach so, Woddel! Hab ich dir grad geschrieben, aber nicht vorlaut vorlesen. Ooooooh! Stimmt! Alter! Ich glaub, das ist der schwierigste. Ich bin schön, dass alle die, die am Beschissenen platziert sind, einfach Jordan's Ideen. Die hier an dem Haus waren glaube ich deine. Die zwei schlimmsten, die wir je platziert haben. Das waren meines deine Ideen. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, ist der eine gar nicht so schlimm. Also den ersten. Den, den ich dir geschrieben hab, der ist schon assi. Schon richtig assi. Stimmt, hier unten hätte ich auch noch einen platzieren können. Oh lul. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo seid ihr? Ich hab euch verloren. Da oben! Oh nein! Ja, viel Spaß! Ja, viel Spaß! Ah, da muss ich jetzt echt mein Game neu starten. Wird ich nicht hoffen. Wird ich auch nicht hoffen. No. Warum sollte es jetzt ein Game neu starten? Weil es die ganze Map geöffnet hat. Ja, weißt du was? Ich muss kurz mal Game neu starten. Ja. Wartest du kurz? Ja. Wartest du kurz? Ja. Kann ich endlich essen? Ne. So, da sind wir wieder. Diesmal bin ich wieder lauter. Diesmal hab ich mein Mikrofon auch runtergeklappt. Lost. Ey, wo seid ihr wieder hin? Ich bin einmal kurz in den F5 gegangen. Ach da. Ich bin kurz in den F5 gegangen und ihr wart weg. Gott, die lässt es nicht auf sich lumpen. Ich hab die aber nicht da reingelegt. Ne, 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 ne. Alles gut. Die Köpfe kannst du nur wirklich direkt sehen. Du musst nirgendwo reinschauen oder so. Also. Du siehst sie beim hinschauen. Nicht, dass jetzt irgendwie ne Küste öffnen müsstest. Hast du genug gesagt? Ah, hier, warte. Ja. Krieg ich eigentlich auch ein Geschenk zum Ende hin? Äh. So wie Apfel? Hat Apfel eins bekommen? Das hat er mir nicht erzählt. Ja. Das hat er mir nicht erzählt. Das kommt dann noch. In Folge 101. Apfel. Was hast du bekommen? Das ist... Ja, ich hab's vergessen. Lost. Wow, okay. Nee. Nee, das war... Das äh... Dir schenk ich nochmal was. Apfel hat nicht erzählt, dass ihm was geschenkt wurde. Apfel hat nicht erzählt, dass ihm was geschenkt wurde. Ja, es war... Es war spät gestern. Apfel hat nicht erzählt, dass ihm was geschenkt wurde. Es war spät gestern. Ja, Moin. Erstmal Klaus kaputt machen. Er hat das Zug touch, der Hund. Ach so. Willst du gleich draußen bleiben oder? Nee. Warum denn? Er ist ja noch nicht fertig. ich frage ja nur vielleicht will er noch mal umkehren er macht es doch immer sehr gemischt sagt er wie viel hatten wir denn hier noch genug also hier sind die meisten glaube ich an einem fleck als stehen die alle auf jeden einzelnen raum abklappern natürlich ich weiß schon gar nicht mehr jetzt fällt er mir wieder ein das soll ja alle gewesen hier in dem ach ja ja schöner schnee oder grotti sehr schön ja warum ist hier eine katze auf dem dach die villagers wollen die hier war eine katze was wir sagen was da unten eigentlich das schwein soll was du und so zwischen hübe bei dem berg ist so da ist es weg da vorne sieht man es nein ich hab dich keine zwei blöcke runter geworfen glaubst du musst dich raus zinsieren ne musst du nicht machst du es eh nicht ja weiß ich doch sind hinten auch welche einer ja äh jetzt fallen wir doch mal welche ein die sind genauso ja hinten ne nicht da unten glaub ich ne kalt kalt wärmer 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 heiß heiß jetzt musst du dir weh tun beim ernst ne jetzt komm ne das glaub ich dir nicht ne 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 kalt 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 sehr kalt da oben er baut einfach den Baum ab der hat schon den zwischen gehabt der war lang genug hier jetzt machst du den armen Joguuru ich hab dich runtergeflogen ich frags mich auch Boxkampf ich hab ich hab den Highground liegt uns lang niemals wo ist Groddy wo ist Groddy wo ist Groddy wo ist Groddy wo wirst du ich wusstest du alles aufnehmen wo bist du du Affe Junge wo bist du wo ist Apfel wo ist Apfel WAIT 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 DAUNTEN 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 wer sich immer mit dem Ding hochbaut JA Sagen wir wenn man wissen will wo man die versteckt hat wo wir die versteckt haben müsst ihr bei Groddy vorbeischauen der hat ne ganze Folge dazu Folge 2 3 oder 4 bei mir keine Ahnung eine der Anfangsfolgen du hast den vom Haus aus gesehen und holst den jetzt ja natürlich natürlich hol ich den jetzt erst dann hätte ich den sonst holen sollen soll ich den Hummer hier reintun kannst du ihn da reintun Wain Mining funktioniert bei Köpfen ne die funktioniert nicht die habe noch offline Wain Mining funktioniert nicht bei Köpfen wir haben alle unter die abgebaut mit Wain Mining ne normal ich dachte wir wären mindestens noch 2 guck mal was ich offline gefunden habe name tag ich hab den ich hab den ich hab den ich hab den zweiten unter dir zu dem Zeitpunkt abgebaut wo du den direkt unter dir aufgebaut hast ah ok dann war es einfach nur da seid ihr ja da seid ihr ah ne kann man geht hier Togge down voll oder so weil sonst lagts wieder bei euch so hart ich glaub man kann schlafen während dem Regen ne nur während dem Regen ach ne man kann bei äh Donner weil auf der Hängematte kann man während dem Regen schlafen lauf hast du hier nicht schauen? ja ich hab da nicht nachdem ich Apfel äh Stein zerstörte hab hab ich hier nicht weiter geschaut na da drin sehe ich keinen doch da ist einer wo? also ich muss ganz kurz schauen dass ich nicht die Raymining Spitzsacke benutze ach das ist doch hier am Stein nein 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 noo gut da drin ist sonst keiner das kann ich dir sagen ok bevor du dein Slogger mal her suchst ah ich bin aber mal nett hier in der Gegend ist noch so in der Wege hab ich noch einen übersehen auf dem Friedhof? ja ich dachte schon den findest du nie der ist doch so gut versteckt gewesen was läuft denn die Richtung? ja irgendwie muss ich auf den Berg hoch kommen hattest du auf den Berg noch einen gesehen oder? ne keine Ahnung ah lull ja genau der noch und dann ist da glaube ich nur noch einer oder? ja ich weiß es gar nicht doch warte jetzt schneid's auch noch oder was ist das hier? hey schon wieder Moby Dick na nein das ist nur der Schneeeffekt Moby Dick achso das ist ja komisch na aber auch genau das sollten alle gewesen sein hier Apfel da wurde vorhin so schlapp gelacht da seh ich doch schon ein wie er mich anlöchelt ich weiß nicht mal welchen du meinst sind das die ach der ja der doch der das sind das sind doch gut welche ja das hab ich mir schon fast gedacht weil da war ich noch nicht wie viel hast du schon ähm 70 what oh not bad also wenn du den einen wirklich findest ohne tipps sagen Props gehen raus an dich ja da musst du wirklich so gehirn verbrannt wie ich definitiv ich glaub ich glaub Apfel wär da nicht drauf gekommen wie viele sind hier weiß ich gar nicht genug ich sag's ich weiß nicht genau aber ich sag dir wenn du alle hast du das müsste ich ungefähr wissen ja ja ah ja jetzt weiß ich welchen du meinst was denn den ich dir geschrieben hab oder was nee noch gar nicht hin ja den anderen stampeln schalt mir mal welchen du meinst ja oh war der ja stampelt ja wenn wir dazu kommen dann dann ja ok weiß gar nicht welchen du gerade meinst den ich meinen soll insgesamt hier in die ah dann können wir pennen oder ja müssen wir aber nicht eins auf eins auf wie bist du da drauf gekommen ich dachte mir eigentlich erst man kann noch unter Apfelsdinge tauchen und wollte da runter gehen aber dann hab ich das Glas gesehen irgendwann musste ich dir das Loch fixen und da hab ich gesagt da gehen Props raus wenn du den findest ach den meintest du wirklich den meintest du welchen meintest du welchen meintest du meintest du den anderen ja ich meinte den anderen ja genau den den meint ich ach so bei dem meinte ich überhaupt sein das ist schon wirklich ne andere geschichte ich glaub du hast gerade ein Blitz auf deinem Turm eingeschlagen auf mein Turm ja auf jeden Fall bei der ganzen in der Nähe oh hier schneid's auch wieder aber es sieht nicht so aus als würde hier was brennen na ok gut so ach ihr Ficker was denn geh mal weg hier fick dich was denn was siehst du denn da ja aber du hätt ich da oben wohl sehen jawohl das Wetter hat mir nen Tipp gegeben welchen du meinst jetzt nicht als ob du den ganz oben gefunden hast natürlich hab ich den gleich gesehen Junge Alter ich dachte du wie hast du den gesehen ich dachte du wirst das so werden der scheiß Blitz alter ja nur wegen dem Gewitter hab ich ja nur wegen dem Gewitter das ist ah hätten wir geschlafen alter dann hätt er den nie gefunden da oben da wär der nie im Blitz eingeschlafen wo hast du den oben eigentlich versteckt ja auf der Spitze ganz oben wie hast du den gesehen ja weil im Blitz eingeschlafen ist und geschaut ob irgendwas brennt wegen dem Blitz mit der 5 ah lull hätten wir einfach geschlafen dann hätte er die hochschauen müssen wo ist er jetzt eigentlich ich glaub 3,4 sind hier noch er ist wieder unten wo bist du? ich bin oben ach so Jordan ist hier runter gekommen wo bist du denn noch? ah lull warst du noch ganz oben gerade auf der Spitze oder was? ja da hab ich ja grad den gefunden hä? hä? wo ist der? da ist er ja scheiße hab ich dich grad geschlagen? ja bei mir war es nicht mehr in mir in dir oh Gott der mich runter drücken wollte ha 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 nein der Baum alter ja 2 müssten ja noch sein wenn ich den Moment 2,3 welche denn noch? ja warte komm mit ne Spaß genau sagen wir ihm erstmal kurz 2 draus noch oder? ich weiß dass 2,3 noch drin sein müssten drin denn? scheißen 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 gehen oh ich denke ich spinne ah lull er hat noch einen wo? wo hast du noch einen gefunden? wo hast du noch einen gefunden? wo hast du noch einen gefunden? da? ja beim Turm ist noch 2,3 sein hier ich weiß selber gar nicht mehr wo die hier waren welche du meinst echt jetzt? wow wir hätten uns das auch aufschreiben sollen wo genau wie viele sind findet ihr? hä? glaubt ihr das wäre eine gute Idee gewesen? vielleicht aber ich hab mir schon eh gedacht davor der wird safe niemals alle finden und irgendwann wenn man einfach mal rumläuft denkt man sich oh hier ist noch der äh noch ein Kopf von Jordan aus Folge 100 hä? weil wir alle den nicht mehr finden und dann irgendwann so in Folge 349 oder sowas oh hier ist noch ein Kopf ach lull da ist noch eines? aber wenn wir hier noch mindestens 2 sein müssen dann bin ich ein bisschen überfragt einer müsste jetzt noch hier sein traurigst du das hier irgendwo hier ein Loch hingemacht habt? ne 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 kleiner Dipp nein ach lull das sollten alle gewesen sein hier oben ok nice so lull wo bist du hin? wo bist du hingegangen? nächste Portale hast du einen? ja ja den würde er auch safe finden weil er genauso verbrannt ist wie ich das waren schon alle hier ist ja ist dieser Kobold hier? nein schade das waren alle hier ja ne da drin ist keiner ah den ist ja auch gut gewesen äh den trau ich dann nicht schade dass der Kobold mit den Karotten nicht mehr hier ist äh das waren alle hier hast du gesagt? ja 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 komm wir gehen ins Lager Lager ok vom Lager aus weiter wie viel hast du denn? wie viel ich habe? ja sollen wir kurz schlafen gehen? 85 lass mal schlafen gehen Leute Apfel weiß noch einen das war glaube ich unser erster vor dem Schild den wir hier noch haben oh welcher erste was? hier unten ist kein hier hinten ist du hier unten ist keiner mehr ok doch hier unten ist noch einer ne wo denn? wo denn? ja das kann ich dir doch jetzt nicht sagen du Affe da liegt übrigens einer worum liegt hier einer? ich schreib's dir kurz mal hey ja warte schreib mal ah we weißt du's? stimmt stimmt denn auch wenn sie ja verzählt dann wäre ein mehr verzieher das aha ok jetzt hast du alle unten jetzt hast du alle unten ja ja ich dachte 5 da waren es doch 6 jetzt muss ich überlegen jetzt muss ich selbst schon überlegen du hast an einer Stelle fast alle vergessen an einer Stelle fast alle ne an einer Stelle glaube ich sogar alle achso wait warum ist da ein weißes Läppfisch? weißes Läppfisch? hä? warum bist du weiß? das sind nur Knochen ist die gestorben? Marie das sieht aus wie Enten, Junge warum sind das Fische? ist Marie ein Skelett? ja what the fuck ist hier ein Blitz eingeschlagen maybe? Marie ist einfach zu uns es sind noch mehrere jesus es hat jesus erwischt was? das bist du wie jesus erwischt aber ein blitz auf jesus oh mein gott wie geil äh 88 ja ich weiß glaube ich wo die restlichen alle sind oh mein gott als ob was denn als ob der ist war zu strong mit dem Sturm und dem Jesus der Sturm hat so viel verändert äh mit gott paar fallen mir auch noch ein ja sind hier hinten noch welche? ja in dem Wald sind noch weh so so wirst du diese eine äh dirtblock hier oh nein warte dich alle ab nimm bloß an die Randbäume okay? bevor du den ganzen Wald abfallst lol lol die nacht pflanzt ja ich wollte den schütteln die hab ich doch gerade noch einen gesehen ja du musst doch gerade auch noch vorbei wie dumm kann ich sein? der war doch noch da also ich glaub 1 2 3 4 glaube ich oh hier sind hier noch die viele sind hier noch Apfel? laut Apfel 4 glaube 4 1 2 3 aber wo sind denn noch die restlichen? 4 ja ich weiß wo die restlichen sind schreib mal ich hab grad keinen Plan wo die nochmal waren ich muss sie raustappen kann man irgendwie flüstern hier? in Minecraft? du kannst slash save machen glaube ich oder äh war das slash terror? ich geh mal wenn ich die Bäume ja sowieso alle abreißen warum guckt man sie die nach? ja hast du hast du das gestern eigentlich noch in die Konsole geschrieben? ja Apfel Sack Salami Sticks natürlich nein ich dachte erst das hast du das hast du ey ich dachte erst du hast das in die Konsole geschrieben oder du hast es immer wenn der Server aktualisiert wird das dir als Kommentar dazu gegeben das wär auch geil gewesen das wär auch geil gewesen hast du noch einen Apfel? hast du noch einen Apfel? ok den da unten? ok ja da oben ist aber kein Apfel du kannst mir äh du kannst mir flüstern wo die restlichen noch sind da wollte Jordan wollte einen noch ganz oben aber ich hab gesagt das ist mir zu dumm und dir auch so so es sind ja noch welche in dem Wald ja hier Apfel du kannst mir nur so schreiben slash tell meinen Namen und dann du bist sogar ziemlich nah ja 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 nee kalt kalt wärme 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 da sind noch die restlichen alle anderen Apfel oder was kälte kälte nee falsche Apfel nee 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 weg da weg da Apfel das was ich mir grad geschrieben hab das sind die letzten alle anderen ich glaub dass das die letzten alle sind ja warte du bist doch schon du warst schon relativ nah also du bist schon mal auf der falschen Höhe ne ey kalt 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 ich weiß selber gar nicht wo du hinaus willst ich bin grad selbst zu raus ja du hast das ist auch sogar dein versteck Bruder ich weiß es gar nicht mehr junge denkst du ich merk mir alles ach soo da müsste noch einer hier in dem Wald sein guck einfach die ganzen Grenzbäume entlang das ist ein Grenzbäume die ich nicht fällen konnte da müsste nur noch einer irgendwo bei denen sein Jordan wollte eigentlich erst dass ich vorne noch an dem Pilz einplatziere ah ja ich war kurz davor das sollte der letzte in diesem Wald sein ja er hat doch wie den Erblock soo wie viel hast du denn? ja dann meinst du wo die 6 sind 6? 5 weiß ich das muss ja dann irgendwo sein wo ich noch nicht war warum ist hier ein Rainbow Star? ne du bist sogar an den 3,4 mal vorbeigelaufen what the fuck hast du das extra gemacht? ne was ist hier passiert? was ist hier passiert? was ist hier passiert? rainbow schilderblitz der war doch vorher nicht da oder? ne war nicht was passiert hier? was ist wenn man den mit Schere abschält? das wissen wir nicht erstmal mit dem Schwert nein einfach abschälen Bruder ne what the fuck ist das auch durch das Gewitter jetzt passiert? ne ich bin so verwirrt ich verstehe gar nichts mehr ab für wie lange geht die Folge schon? äh 40 Minuten 43 oh oh als ob er wirklich auf die Zeit kommt du bist an allen die letzten schon mal vorbeigelaufen ich geb dir nen tipp kalt du hast du jetzt nur alles ein wo ich schon mal war an einem diesem Gebiet hast du mit Jordan diskutiert wegen der Menge das ist ja jetzt easy ja trotzdem ja mit Jordan was diskutiert? du hast über die Menge diskutiert mit Jordan in diesem Gebiet du hast gesagt das ist doch viel zu viel du meinst das bloß einen aber Jordan dachte 1 gleich 50 ja ey for real ich bin nicht drauf gekommen ich hab den jetzt grad gesehen als ob du so lost warst ja ich bin auch mal so nett bis auf einen findest du ja alle bis auf einen? ja du weißt echt wie der letzten? der letzte so räudig den wirst du nie finden ich weiß selber gar nicht mehr auf welchem du grad anspielst das Ding ist ich es sollten 5 hier sein sonst haben wir selber ein Problem sonst weiß ich selber nicht mehr wenn der 6 fehlen dann müssten hier dann nur noch 3 sein? ne doch 3 sollten hier noch sein wenn hier wirklich die restlichen sind bis auf einer ich dachte er würde mehr verzweifeln selbst ich muss selbst grad schauen ich kenne ja schon ein paar der Verstecke seit äh in Folge 69 40 farbig übernommen das ist mir aufgefallen muss ich wieder die Axt auspacken? wie viel hast du hier gefunden? also beziehungsweise wie viele fehlen da noch? ah ich sehe ja 3 fehlen noch also 2 müssen noch hier sein oh mein Gott ah lol da müsste ja ein leichtes nein theoretisch da müsste hier noch einer sein wenn ich nicht ganz dumm bin ja nachher ja hast du ihn gefunden? nein das muss ich jetzt selber mal rumschauen wo könnte der nachher ich bin grad selber verwirrt den 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 die haben wir alle die haben wir alle da müssten wir da da ist einer wo? ja hier am Baum da fehlt jetzt noch einer oder? ja ein oh Gott auf dem habt ihr schon gesagt dass der Assi ist? ja ne eigentlich nicht das ist doch eigentlich der leichtere welcher meintest du? das war schon mal der auf dem Turm Digga sagen wir es so du hast dich mit Jordan geboxt da an der Nähe ich hab mich mit Jordan überall geboxt ne nicht überall ach geh ich sag's dir jetzt schon mal geh nicht auf den Berg geh nicht auf den Berg bin ich schon fast oben warte denn seit wo hab ich mich denn mit Jordan geboxt? relativ am Anfang du hast dich relativ am Anfang mit Jordan geboxt du hast dich relativ am Anfang mit Jordan geboxt hm wow ihr geht hoch um dann wieder unter zu gehen ja ich hab mir nur von oben ausgeschaut also ich geb jetzt nur noch mal die ungefähr Richtung da bist du kalt bin ich kalt? bin ich kalt? ich hab mich doch hier ganz am Anfang mit Jordan geschlagen kalt 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 wie gesagt die gibt doch nur die Richtung an wenn ich in der komm ja die Richtung schon mal brauche ich hab von den Drachengehegen bei Weizenfeld 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 ne ja wärme in die Richtung schon mal da hab ich mich ich muss grad selber überlegen da hinten eher kalt ja das wird wärmer 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 warm warm kälter kälter hä? ich frag die noch du hast gesagt das noch oh mein Gott der Ficker ich hab gesagt da unten ist nur einer ich hab mir es gesagt unten ist einer du geh weg Jugo, verpiss dich mit dem scheiß Schwert weißt du? ich hab ein paar auf fünf Bogen ich auch Frieden, okay? ey wie er wegläuft so lachend ja danke dein geschenk bekommst du da noch geschenk wo du noch nicht mehr weißt welches weißt wir hatten mehr Spaß das zu verstecken als uns irgendwas anderes zu überlegen gut damit gesagt das war's mit Folge 100 lass nen Like und nen Abon da wenn's euch gefallen hat schau bei den Jordan jetzt kontinuier vorbei und bis zum nächsten Mal tschüss 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 adezt schau bei